was geht ab mit woch legendäre rage und ich bin heute auch mal wieder am start denn die kollegen reden da wo ich noch die ag auf gold brauche nicht in den stadt aber ich bin gerade in den stadt denn ich treffe mich mit einer kollegin für einen glückstausch und safari zone 2020 wurde angekündigt eine davon ist in europa england ich bin interessiert man muss sich aber anmelden und auf ein ticket hoffen und das kostet auch geld also es wurden vier angekündigt zwei in amerika kosten geld einen england kostet geld und einen taiwan das ist auch schon anfang februar das kostet kein geld aber es ist taiwan mal schauen schreibt unten in die kommentare ob ihr interesse habt an england an der safari zone und euch viel glück viel erfolg bei der heat run rage stunde schreibt unten in die kommentare wie es so lief und falls ihr mich und den kanal unterstützen wollt gebt gerne like kommentar ein abo und aktiviert die glocke auf geht's ja leute was ist dass man es ende januar und jetzt ist kälter als im dezember auf jeden fall glückstausch ist neben mir eingeblendet ein scheine kann die mani von sie die kollegin ist jetzt nicht so krass am spielen und hat er jetzt nicht so viele sachen aber ich brauche immer noch viele sachen also kein problem die leute schreiben immer wieder hoch ich habe bestimmt nichts was du brauchst nee meine liste ist noch relativ lang und jeder hat irgendwas was ich noch brauche und da hat leider niemand mit gemacht deswegen muss ich den aushelfen mittelswacher brunnen kein einziger außer die zwei was da los pokémon go nicht mehr so beliebt oder was spaß spiel geht noch gut ab jetzt erstmal zur red stunde mit den anderen so los geht's leute ihr seht die arena vor mir saftige neue arena punkte endlich mal wieder hier ich dachte jetzt wo ich das gebiet angefangen hatte jede stunde hier und dann demnächst mal fertig aber nee seitdem beinahe nie hier zustande gekommen das war schon schade let's go so los geht's bisschen tap and go verzeiht mir meine pokémon ich habe die getränke beleber und tränke aufgehoben jetzt weil ich die ganze zeit vorhatte das mit dem crypto trick zu machen und dafür hätte ich halt eine menge tränke und beleber gebraucht aber er wurde gefixt von antik das heißt ich kann jetzt eigentlich wieder meine pokémon halten ich bin jetzt echt ewigkeiten mit halbtoten pokémon die gezellung gelaufen in der arena habe ich nicht mehr was geschätztes eingestellt weil ich die beleber gebraucht hatte aber ich hatte echt vor so 30 40 rocket poste zu machen wie so ein fischer in der früh alles verteilen und dann jede stunde abchecken habe es natürlich leider nie gemacht weil ich keinen bock hatte und jetzt haben die es leider gefixt das heißt kein hunderter kind von kein hunderter absurden und auch kein shiny aber die shinies kann man sich noch ganz normal erlangen auf legale art und weise hunderter ist eher unwahrscheinlich aber immerhin habe ich zwei lavados bekommen noch bevor die es gefixt haben das ist glaube ich wetter boost also vorhin am brunnen wo ich den golfen habe war noch wetter boost 44 ist aber nicht 81 muss es sein das ist auch shiny er scheint wo ich bergern bin fängt doch gut an ich kann ich gleich ein aber saftige arena punkte jetzt erst mal ein paar geschenke öffnen grüße gehen raus an good life wir waren schon mal beste freunde dann war er nicht mehr so aktiv habe ihn gelöscht und grüße gehen raus an simon der sammelt auch lucky shinies ein ein den ich überzeugen konnte diese sammlung zu starten grüße gehen raus nichts zieht dran und extrem schlecht back to back shiny nein aber ich bin zufrieden mit dem einen ja dann haben wir es nicht geschafft über die ampel aber ich kann eh noch nicht starten weil muss ja noch fangen auch so als shiny dann können wir uns den direkt gönnen nein leider nicht gibt es ja leider auch noch nichts und jetzt über die br r ca r r r Wir sind nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Wir haben nichts besonderes bekommen, aber Murat hat einen Hunderter gefangen, nicht Shiny. Mir ist Murat der Spieler mit drei legendären Hunderter Shiny und einem nicht legendären Hunderter Shiny. Ungetauscht. Schade, 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 aber wir müssen uns konzentrieren. Ich stelle euch mal irgendwo ab. Schade, 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 schade. Das war's. Ja, gefangen. Jetzt schnell die anderen einholen. Was war mein letzter Mytho? Das ist schon eine Weile her. Der erste hunderte im neuen Jahr. Soft dick. Nicht 100, aber shiny. Hätte nicht der davor shiny sein können. So knapp an dem 100er shiny vorbei. Aber das ist eine klasse Tour. Das ist eine klasse Tour. Eins daneben. Nächstes Hitran. 26,17. Wir können uns nicht beschweren. Wir können uns nicht beschweren. Vorletztes Hitran. Ach, gehen wir immer nicht irgendwo. Vorletztes Hitran, leider. Jetzt bitte kein 100er mehr. Weil das wäre unser 100er Glück verschwendet. Wie bei Latias. Davon habe ich zwei. Und auch kein shiny. Okay. So, der letzte für heute. Shiny würde ich mir schon noch gönnen, aber ein 100er muss nicht sein. Ich habe es nicht gesehen. Das war kein 100er. Wir haben genug. Leute, was war das für eine saftige Raidstunde. Ich glaube, das war jetzt mein dritter 100er von der Raidstunde. Krissila hatte ich. Und Palkir. Ne, Dialga. Dialga. Und jetzt Hitran. Ich glaube, ich hatte sogar noch einen. Ich muss noch mal nachschauen. Aber, ich kann mich nicht beschweren. Zwei Schein ist es auch noch bekommen. 40.000 Sternstoff gespart. Vor allem jetzt mit dem Event. Das fängt ja morgen Abend an. Dazu kommt noch ein Video. Checkt heute 23.58 Uhr ab. Weil es eine Ankündigung fürs Event, also für Freitag. Auch wenn das Event erst Freitagabend anfängt. Gibt es ein paar Sachen, die ihr bereits Freitag, direkt erste Minute von Freitag beachten müsst. Also, das Video kommt noch. Aber, schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so lief mit der Raidstunde. Habt ihr einen shiny bekommen? Habt ihr einen hunderter bekommen? Habt ihr einen shiny hunderter bekommen? Alter, unten in den Kommentaren. Das war es von mir. Wie immer like, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Show. Ah, blablabla. Wir können uns noch gar nicht verabschieden. C-Day. Ne, ich hatte vier mögliche C-Days angekündigt. Von den vier können wir auswählen, was kommt. Nicht wirklich auswählen. Wo es verschiedene Quests gibt. Und ausgehend davon, welche Quests wir erfüllen, ist sozusagen eine Stimme. Für den C-Day, den wir haben wollen. Dratini, Macholo, Rihon und Vulpix. Dazu kommt morgen noch ein Video. Meine Meinung dazu. Denn es findet viel Begeisterung im Internet von den Leuten. Aber ich bin nicht begeistert davon. Mehr dazu dann morgen. Jetzt war es das von mir. Ihr wisst Bescheid. Jemand like, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is business. Begeisterung ist business. Begeisterung ist business. Begeisterung ist business.